da fällt euch ein großer auf alles hier aber es ist dann ja nicht oft also die mussten alle spielen zum freischalten Null-Trophen erreichen. Da ist man quasi direkt voll. Das ist noch von oben. Dann eine Runde spielen. Oder so noch... Begeben wir ein Spiel? Wisst ihr das? Ich meinte es nicht. Also es ist jetzt nur für Supercell, dass wir sprechen müssen. Ich glaube man kann gar nicht spielen. Ich glaube man kann gar nicht spielen. Aber es ist halt genau wie großartig. Ich kann gar nicht spielen. Leute, ich werde jetzt die Enden kurz mal verschließen. Ich muss noch mal drauf gehen. Es ist halt genau gleich Supercell. Also das ist jetzt nicht so gleich. Aber an sich... Ich will schon mal drauf gehen. Ich lasse mal drauf gehen. Pollen Sie auf den Wegkran, warte! Pollen Sie auf den Wegkran, warte! Kiehl mit deinem, warte! Kiehl mit dem Wegkran. Kiehl! Oder jetzt wird die Warte. I will sein jedes Jahr mal wieder. Ich will die precis mehr für dólares. ich habe auch ein bisschen Ich habe auch ein komischeres Video. Ida. Wer ist das? Oh man. Warte. Ich habe noch ein wenig Spiele. Kann man ein Freund in mir machen? Ich versuche ein Freund zu spielen. Ich habe einen Freund in mir lassen. Ich habe schon mal ein Freund in mir. Ich habe einen kleinen Kiste. Ich habe einen kleinen Kisten. Ich habe einen kleinen Kisten. Ich habe einen kleinen Kisten. Wer ist die? Ich habe eine große Kiste. Oh. Oh, hier kommt ein Boat-Team. Das kann ich noch ein extra Spiel. Die Telefonkappe. Ein bisschen nach vorne. Kartoffeln. Guck mal. Ja, hier ist es schon so. Mega Box. Kann ich öffnen. Dachte ich aus einer Mega Box Pool ziehen. Oder... Lassen wir mal eine normale Tüße ziehen. Das ging ja jedem schon mal bezogen. Oder ist das eine andere? Wir können jetzt noch so viel Wollung. Wir können alle Wolle ziehen. Also wollte ich den zweiten Teil ja oder nein. Und ich würde sagen, das war's für das Video. Und ciao, Leute!